Was ist mir hier besonders gefällt, ist die Kompaktheit der Behandlungsschritte. Ich kann hier alles innerhalb eines kurzen Zeitraumes erledigen, was ich erledigen möchte. Ich hatte eine sehr umfangreiche Behandlung hier bei euch, inklusive Sinuslift, inklusive Knochenaufbau und mehrere Implantate. Und das Ergebnis ist für mich definitiv wertvoll. Das Ergebnis stärkt mich in meinem Selbstbewusstsein. Man kann sich auch wieder mal freuen zu lachen und freut sich auch über das Ergebnis. Es wird anfangs skeptisch aufgenommen, aber nachdem sie sich auch selbst mal informieren, dann ist es grundsätzlich eine Zustimmung zu dieser Entscheidung, es zu machen. Ich selbst bin davon überzeugt und da fällt es mir auch leicht, das anderen zu vermitteln, meine Überzeugung. Und somit sind auch meine Frau, meine Familie steht auch hinter mir, das zu sagen, mach das. Wenn es gut für dich ist, dann tu das. Und auch die anderen stehen dem positiv gegenüber. Und auch die anderen stehen.